hallo und herzlich willkommen bei aller frigo der kochshow von und mit schorsch wagner viel spaß hallo und herzlich willkommen bei aller frigo die nummer 20 heute gibt es ein 4 euro abendessen ein 4 euro weihnachtsessen heute machen wir eine suppe eine suppe die ist ganz einfach warum dazu brauchen wir einfach nur ein bisschen kartoffeln weil die macht das ganze sämiger dazu halt ein paar frische möhren und den halben tore einen halben lauch wir haben ein bisschen bei fuß salz pfeffer und muskernuss herr müller und hier haben wir unsere drei kohlrabi die weiß gott nicht teuer sind das ganze wird jetzt dann ein bisschen geschnitten mit dem messer wird dann angebraten bis auf die kartoffel wird dann angebraten und dann wird es ein stückchen in eine suppenform gegeben in einen topf dort wird es dann entsprechend aufgekocht und dann mit dem stampfer hier mit dem zerkleinerer man kann natürlich auch einen pürierstab nehmen entsprechend zerkleinert dass einerseits die suppe sämiger wird aber trotzdem noch stückchen erhalten bleiben dann legen wir die kartoffel vorher dazu und die kochen wir mit dem suppen inhalt auf damit dann eine gewisse sämigkeit hergestellt wird andere leute machen eine sogenannte mehl spitze oder halt auf bayerisch eine einbrennert und das ist halt etwas was wir jetzt ganz bestimmt nicht wollen schauen wir mal wie es wird wir lassen uns überraschen wie gesagt eine extrem günstige variation eines essens b Das war's für heute. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir unsere Suppe aus dem Topf in den Teller gefüllt und wir probieren die jetzt mal Mh, hat tatsächlich Geschmack, man kann die jetzt noch ein bisschen aufpimpen, vielleicht noch mit ein bisschen Liebstöckel drauf tun oder ein bisschen Pastanake, wenn man noch rumliegen hat, ein bisschen, nicht mal die ganze, einfach ein Stückchen aufschneiden oder Petersilienwurzel, ist ganz geschmackvoll, ist jetzt kein High End Gericht, aber hat Geschmack, kann man jederzeit mal essen zum Abend Probiert das mal nachzukochen oder vielleicht habt ihr auch eigene Rezepte dazu, bei unserem 4 Euro Weihnachtsessen und wir freuen uns über sämtliche Beiträge, die ihr uns schickt oder Kommentare, die ihr da lasst oder einen Daumen, den ihr da lasst oder abonniert unseren Channel auf YouTube und ansonsten wünschen wir euch ja frohe Weihnachten und was auch immer, aber halt lasst uns hören, was ihr zu sagen habt und bis zum nächsten Mal bei Aller Frigo, George Wagner und seinem Team wünscht euch alles Gute und viel Geschmack bei euren Suppen, bis dann, ciao, ciao.